um wenn er nicht probiert ich habe ich gehe jetzt mal in den Heuhaufen, dass wir unten aufwischen. Ach Mist! Okay, okay, okay. Nein, alles, alles doof. Alles doof. Man kann ja nicht mehr bei den Weg mit einer Länge abholen. Mäh. Mach mal, mach mal wieder wieder wieder. Ja, äh... Ich komm nicht raus. Ich muss eigentlich Kreis drücken, aber... Es geht nicht. Ich kann es nicht, ich tue es, ja, du ja, du ja, gar nie net, gar nie net. Äh, ich kann nicht ablenken, dann soll ich dann leider... ...schneilspornen und dann sind die Nullen. Na, ne, jetzt bin ich fast im Eimer. Dann sporn ich nach und dann geht das. Ich hab jetzt mal ablenkt. Ja, okay. Weil dann hier auch noch richtig. Ja. Was, das Teammitglied ist auch desynchronisiert? Oh. Hä? Äh, ich wollte dich nicht töten. Das ist ja sehr klammisch. Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, wenn man... ...wenn der hier im Gruppenabend schafft oder so. Freut mich nicht. Okay. Egal. Egal. Kriegen wir. Ich... Mach wieder... ...über meiner Eiferschnitte. Hier, der Charter. In dem demilich... ...denkstabend... ...d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. auch nur in mir im Sinne gesehen und er hat den einen übernimmt naja auch aber das war auch richtig ich mach den grad bitte was laufen er hat das schein ich habe ihn Prozent jährlich nicht schießen Naja, was lohnt sich? Ich meine, ihr nehmt mal aufgeschickt, weil... Mann, Mann, ich hole ihn ja. So. Er wohnt. Ich gehe von, äh, ich gehe von, äh, ich gehe von hier weg. Dass das geklappt hat, ist doch illegal, oder? Das ist sehr illegal, Alter. Hahaha. Wie episch. Das war noch keiner denn. Hahaha. Oh, Gott. Hör mal, rein, ist kalt draußen. Ey, dein Problem. Nein, nein, ich bin dir nicht... Die kriegen wir jetzt noch. Ja, klar. Mach mal rein, ne? Hat der gebraucht? Ja, sehr gut. Ja, ähm... Ja, schon passiert. Schon passiert. Schon passiert. Und, hör mal. Ach am Anfang. O encinster Bass. Ach am Anfang. Lass runter, ich herbeirat. Nós perochts ein pl público. Difer Bass. Kaja. Kaja. Ich bin hier am Rauch, wenn du da irgendwie hinkommen könntest. Ja, ich hab das. Ah, schade. Ich komme von mir, ich komme von mir. Ich denke, ich bin da auch auf mir nah. Ich bin da auch auf mir. Ja, sehr gut. Ich hoffe, es geht so schnell, denke ich. Ich hoffe, es geht so schnell, denke ich. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Töte sie, töte sie, töte sie. Weg, ja. Okay. Oh, was wir uns jetzt für ein Quatsch zusammenspielen. Das ist ja herrlich. Das kommt halt davon, wenn man versucht mit den großen Jungs zu spielen. Was ist das hier? So, alle Wundlinge sind dabei. Jo. Weiß, wenn ein A wiederkommen wird. Keine Ahnung. Er meinte, wenn es dunkel ist und dann noch ein bisschen. Was ist das? Ach, ja, stimmt. Ich bin schon. Ich bin schon. Ja. So, der ist tot. Ja. Der ist einfach. Ich habe schon zwei. Ich habe schon zwei. Ach, du? Ich weiß jetzt genau, wo ich stehen muss, um die schnell zu kriegen. Ja, gut, mittlerweile hat man die Jüngung. So, ich habe mal unten einen Berserkerpfeil reingedrückt. Dann gucke mal, ob das das bringt. Ja, ich denke, der ist halt die Schneider an. Hier, da ich hier mal habe, Spiele markiert. Du kannst mal welche markieren? Ja, Adlauber. Ach so, ja. Alles ist abgelenkt. Guckst du nach, oder? Ja, ich konnte irgendwie nicht in den Heuhofen so springen, wie ich das gern wollte. Da ist ja ganz schön Stimmung. Also, eigentlich würde ich nicht eigentlich unbedingt. Nee. Aber jetzt können wir zumindest mal gucken, wie viele das wirklich sind. Also. Ich weiß nicht, warum du bei mir bist. Hä? Wenn du da in den Augen anleidern gekommen, werde ich den ganz zu hoch, wenn wir ein fangen. Ah, ja, 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 ja. Weiß nicht, was? Ich würde mal eins. Ja, sehen wir. Kann sie das jetzt inzwischen hören, oder? Ich habe es nicht, aber ich habe mich nicht mehr. Ah, ja, ja, genau. Ja, deswegen frag ich hier gerade. Deswegen frag ich hier gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mach, wie du am besten kannst. Ja. Cool zu beobachten von hier. Fenster ist offen. Ja, ich seh's. Und auf dem Balkon ist auch Party. Sind die ganzen Raucher jetzt rausgekommen. Genau. Ja, wie viele haben wir denn überhaupt im... Ja, mindestens sechs würde ich sagen. Drei, sechs, vielleicht sieben. Hallo. Dahin kommen wir in drei, zehn Runden. Die auch noch. Dann sind's neun. Ähm, ja, ich würde sagen, ich würde mir nicht mehr verstecken. Aber ich denke, wir müssen schaffen. Ja, das ist eine gute Frage. Von vorne kommt wieder einer. Also, wo kommt ein anderer Versteck? Hm, ja, genau, da steht, äh... Hm, wir sollten ja möglichst probieren, dass ihr... Also, das ist ein bisschen... Also, ordentlich meine Strecke zu dir liegen. Ja, warte, ich probiere jetzt den einen, der steht gerade so praktisch. Okay, Mama. Also, die ganzen Schleifern haben wir schon mal. Ja. Gut. Eventuell würde ich ja nach... ...ein Kitzel probieren, ein Kitzel drinnen. Du, Herr Gackern. Ja. Kannst du noch oben mit der Mama reinwerfen? Wohin? In die Leute. Ja, ich würde ja nach links... Ja, ja, ich sehe ihn nicht zu anderen Versteck. Einmal von ihm sehen. Anbel. Gut. 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 Ach, ich habe vergessen, weil der Typ eine Waffe hat. Das habe ich mir jetzt cooler vorgestellt. Ich habe es verrafft, geht total auf meine Kappe, da war ich zu gierig. Ah, ich will das Spiel, sind nicht meine. Ich probiere mich, ich probiere mich in eine Lücke holen. Ja. Die müssen auch bekommen, ne? Oh, Akku ist fast leer, ich habe mal ein Tablet, Sekunde. Wir haben noch ein Meistercard, äh, den Star. Was? Cool? Ja, das war ich. Also die Mission behalten wir aber mal im Auge, aber jetzt würde ich sagen, probieren wir nochmal was anderes. Was? Wieso sollte sie mich nerven? Das siehst du falsch. Es ist deine kleine Schwester, sie kann nur dich nerven. Naja, sie kann dich verpest, ähm, per Twitch nerven. Nur. Wenn mich Twitch nerven würde, würde ich das so nicht anmachen. Ja, das war doch nicht richtig. Mission mit Gruppe beenden, würde ich sagen. Jo. Weil es ist zwar lustig, aber da kommen wir grad nicht gegen an. Ähm, das jetzt einmal geschafft haben, das ist schon krass. Dafür ist es eigentlich lustig, ne? Ja. Aber Royalisten, Geld und Waffen, das werde ich mir definitiv, äh, merken. Und dann werden wir die nochmal machen, wenn wir später ein bisschen stärker sind. Und wenn wir später viele haben. Ja, genau. Weil ich hatte mir hier noch was, äh, markiert, da bin ich kurz hin. Hier wieder so ein Gebäude. Ja. Dann seh ich mir kurz kaufen. Weil es ja wieder mehr Geld bringt. Ich komm mal nach oben. Ja. Äh, weiß ich nicht mehr, ne? Na? Ein Kumpel von hier. Ja, das spielt ja eine Reihe mit dem Hau von uns. Ja. Aber ich weiß, ob er, äh, blommiert hier das noch mag. Das ist Assassin's Creed, wie kann man das nicht mögen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht unbedingt haben, oder? Weiß ich nicht? Na? Welche Motoren? Diese, äh, Axios. Meister hat er dagegen. Axios, ja. Guck dir die mal an. Ja, ich hatte die auch schon gesehen. Die sieht richtig gut aus. Ich... Ich... Ja. Nur, äh, leider ist... Ja, es ist die aus Brotherhood, mit die ich sehr geil finde, by the way. Aber es wäre schön, wenn die die auch aus dem zweiten Teil, äh, benutzen würden. Ja. Weil die sah auch richtig geil aus. Und natürlich die aus Revelations. Ja... Ähm... Ich bin schon weg. Ja, aber jetzt kann ich leider nicht kaufen, weil es wird mir...